Ich begrüße euch herzlich zu der nächsten Folge The Wolf Among Us und... Was schnarcht denn da? Das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben nämlich einen Gast bei uns zu Hause und ich frage mich, wer kommt einfach so in die Wohnung rein ohne Schlüssel? Der Übeltäter ist ein Schwein. Und was ist denn das für ein Bild da an der Wand? Das sieht so ein bisschen aus wie ein katholische Maria. Eine billige katholische Maria. Ja, den Herrn wollen wir jetzt mal wecken und mal fragen, was hat der denn bitte in unserem Haus, in unserem Apartment hier zu suchen? Erstmal schauen, wer ist denn das? Er kommt anscheinend öfter vor, dass er hier ist. Hey, Big B. Mhm. Richtig. Dieses Schwein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir hängen mit dem Schwein ab. Oh, gut. Hatte ich vorher auch noch nicht. Ist das erste Mal. Hatte ich vorher auch noch nicht. Auch noch ein Schnorrerschweinchen hier. Und das raucht. Ein rauchendes, fettes Schweinchen. Wer will so ein Haus hier nicht? Vielen Dank. Ein paar tausend mehr von diesen, wird es sogar auf das Haus, das du mir verholtest. Das muss ich nicht. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht aus der Farm aus der Farm wie so. Das fresh-air- und-Sunshine-Pitze, die Sie dir auf, ist blöchst. Ich habe nicht aus den Hohenlands, um zu Ende in irgendeinem Prisum, okay? Keinein mich zurück, Big B. Du wirst nicht wissen, was es ist, okay? Du hast nicht da. Keinein die Hände. Ich sage dir, was ich gesagt, Toad. Und was ist das? Ich kann dir einen freien Pass geben. Lektiert von dem großen, schlusser Wolf. Er muss das lieb haben. Toter? Was? Das Haus hat sich nicht selbst umgepustet, Bigby. Das ist alles, was ich sage. Haben Sie sein Haus umgepustet? Ich sage nicht, es ist eine Chance, dass ich mich definitiv ein trinken gefordert habe, aber es würde mir helfen, dass es ein bisschen der Schmerz, die du mir damals gemacht hast, ja. Ich denke, es würde auch alles zeigen, wie anders du bist, jetzt. Um... Wenn das alles du sagst, dann würde ich ein bisschen resten. Ich nehme es alles zurück. Das ist warum jeder dich liebt. Was? Es war nicht murder. Ich war Hunger. Ja, ich bin Hunger jetzt. Du hast mich nicht sehen, dass ich die Flasche aus von deinen Schmerz. Aber du würdest, wenn du würdest. Ja, denke ich so. Wahrscheinlich. Aber, äh, nein. Hatsache das falsche Wort. Sie schäuern dich mehr als alles. Du hast viele Leute in deinem Tag gegessen. Ich dachte, wir sollten alle hier ein freshes Start machen. Ich kann nicht verändern das Vergangenheit. Na, du kannst nicht verändern die Menschen, oder? Schau, ich sage nicht, dass es fair ist. Aber es ist real. People are scared of you. Ich meine... Look at your hands. Was ist der Sommer in den Händen? Was ist der Sommer in den Händen? A Fable, right? Ich bin sicher, dass du nicht gehst und punchen Mundys. Ich war mein Job, glaub ich es nicht. Ihr Job ist, dass du die Schmerz aus der Fable schäuern bist? Er mag uns nicht, aber er liebt uns anscheinend auch. Du denkst, dass mein Job ist einfach? Du versuchst, dass du ein paar Fables von uns zu tun hast. Wie denkst du das alles funktioniert? Ich weiß nicht. Wie? Mit einem großartigen und mit einem Schmerz. Mit einem großartigen und mit einem Schmerz. Ähm, da fallen mit. Toll, super. Ooh. Leben ist leichter mit Freunden, Bigby. Und wir leben lange Zeit. Ich weiß, dass du das ganze Lone Wolf-Gerz hast, du hast dir selbst. Aber ich habe gesehen, wie du bei Snowhst, okay? Du bist nicht fooling mich. Will du shut up? Well, vielleicht wenn meine Hände nicht so parched, ich hätte nicht weitergehen. Wait, das macht mich nicht. Just gib mir ein Geh, bitte. Colin, genug. Ich habe nicht in zwei Stunden gegessen. Na, das ist mir nicht sicher genug. Jetzt ist er beleidigt. Ein Trauerschweinchen. Der hat eine Kippe gekriegt, bleib mal locker. Ach, wir sind auch echt gemein, aber wir müssen unserem Ruf ja auch gerecht werden, ne? Und was hat er gerade zu Stone gesagt? Hat der große böse Wolf etwa eine Liebe zu Schneewittchen? Wer klopft denn da um diese Uhrzeit noch? Ist ja gut, ist ja gut, wir machen ja jetzt auch. Noch Krawatte richten? Ha, okay, die haben wir nicht erwartet. Wir dachten, denke ich, dass es Faith ist. Oops. Hallo. Guten Morgen. Oder Abend. Ja. Diese Menschen. Diese Wände sind paper thin. Wir müssen sich bemerkbar sein. Wir sprechen außen. Was auch immer sie uns jetzt unbedingt zeigen möchte und wo wir um diese Uhrzeit hingehen. Was hat sie uns da denn mitgebracht? Ähm, kurze Frage. Warum legt sie das mitten auf die Treppe, wenn die Fabelwesen sich doch bedeckt halten sollen? Das wird mir gerade ein bisschen unschlüssig, aber wir schauen mal, was sie da denn zu zeigen hat. Sie guckt ganz bedrückt. Kann nichts Gutes sein. Ja. Nee. Nee, das ist nichts Gutes. Ah, da geht die Karten nicht auf. Ah. Es muss man... Ah. Ja. 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 Tja, deswegen würde ich das auch nicht unbedingt auf die Treppe legen. Aber okay. Ah, erst mal die Augen zu. Das, äh, natürlich. Okay, wir sollen sie untersuchen. Ähm, bei dem Wrecking Girl dachte ich gerade, hat sie sich jetzt erschrocken, weil ihr ein Licht aufgegangen ist nach dem Motto, ah, alles klar, sie war eine Prostituierte. Oder Türchen 2, sie dachte, oh mein Gott, Bigby Wolf hat Kontakt zu Prostituierten. Prostituierten, was ist da los? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wir gucken mal am Hals. Ähm, am Mund? Da haben wir doch was gefunden, da ist irgendwas in ihrem Mund versteckt. Ah, ihr Ribbon. Ja, sie liegt ja auch auf der Treppe, ne? Eine Spur. Weitersuchen. Das ist eine gute Idee, weil, oh, wir können wieder reingehen, was soll uns das denn bringen? Ist eine gute Idee, weil wir haben gerade Blutspuren da hinten gesehen. Dann gucken wir mal. Die führen um die Ecke. Da ist auch noch was. Ja, aber es scheint anhand dieser Mülltonne da oben drauf gestiegen zu sein, derjenige. Kann also noch nicht lange her sein. Wir haben ein paar Indizien gefunden. Ich frag mich gerade, wieso wir reingehen können. Das würde ich gerne auspumpen. Wir gehen nochmal in die andere Richtung. Okay, hat anscheinend nichts zu bedeuten. Wir können Snow auch unsere Beweise gleich noch zeigen. Ach, was ist denn da? Ja gut, da hätten wir vielleicht zuerst gucken sollen. Hm-hm. Keine Fußspuren und nicht. Dann zeigen wir mal den Fett. Vergleich dir das gerade mit ihr? Ja. 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 Hurry up, we don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books, I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? How did this happen? Why her? This is a message. A message? I don't know, Bigby. I get complaints at the office all the time, but... Just what about this makes you think that? Whoever did this isn't exactly hiding it. The placement of the head, it's exact. Purposeful. She was placed here precisely for us to find. All of us. Well, yes. I guess you're right. A killer wanted us to know what they had done. Hmm. Allein das Band im Mund und so. I'm going to have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway. So we may as well get out in front of it. I guess it's useless to drag it out. That's how I feel too. I'm sure he won't be happy, but... It's just part of the process. Hopefully he can be rational about it. I wouldn't hold my breath. I'm not. I just don't want him interfering. That's why you're a chef to be. Crane is not what's important right now. We need to figure out who this girl was, so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Ja, traurig, aber sie ist tot jetzt. War ein kurzes Vergnügen mit ihr. Haha. Sehr freundlich. Ein Schätzchen. Ja, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. Back off, Inchabod. It's not her fault. I don't need your help, Bigby. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, says the man who is most to blame for this catastrophe. How convenient. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. Yeah. Her pimp. Her... Was she a... She was worried about a money situation. Well, this is just wonderful. Not only is a Fable killed, but it was a Fable hooker to boot. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fable Town knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? They're all the same. Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. Oh, er ist jetzt so freundlich. Ach, schade. Ich wollte eigentlich fick dich sagen, man. Jetzt hab ich's gesagt. Bam! Auch in der Trin... Zauberer von Os Elfchen. Der ist süß. Der Blick. Nicht besonders. It hasn't been a great morning, Bufkin. Sorry. Not your fault. Thanks for asking, though. Bufkin, get the books. Which books? The ones with all the Fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. We're back in a few minutes. Hat Bigby recht? Das war jetzt nicht so genau angab. Ich weiß nicht, was ich'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books, whenever Buf can find them. Okay, das war jetzt wieder eine etwas längere Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir werden ab diesem Punkt erst mal unterbrechen und morgen an dieser Stelle weiter fortfahren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal dabei seid. Bis dahin bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020